Der Chef Michael Adegger drückt die Daumen, schaut noch einmal zu den Fans rüber, Dams Rooster Fans, ja auf der Seite, come on, Dams Rooster, die Fans, und ja, jetzt schauen wir nochmal, gut, gut, come on, den Witzel. Durchgang 1, 63 Meter, da war irgendwie das Gemisch nicht so richtig stimmig, würde ich sagen, sah aus wie eine, überhaupt nicht ganz optimale Einstellung, vielleicht konnte man das jetzt behebeln, für den zweiten Durchgang, vielleicht funktioniert es jetzt besser, wir drücken natürlich die Daumen, das ist funktioniert, bei Api haben wir es gerade schon gesehen, da hat man was machen können, da ging es nach vorne, vielleicht können die Jungs das hier auch, vom Dams Rooster, Richard Dams, mit seinem, äh, Olsen und, 500 PS, starke, Gefährt, zweiter Versuch, zweiter Durchgang, jetzt für die, also, schafft er doch noch die Qualifikation, für unser riesen Finale, die Fans, drücken wir mal an die Beine, Dams Rooster, die Beine, 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 die Mit vereinen uns zusammen